Hallo ihr Füchse, Willkommen zu einem neuen Part von Half-Life 2. Uh. Ja. Hm. Es ist jetzt zwei Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich erinnere mich nicht mehr. Man kennt ihn. Weil, das ist vielleicht eine gute Idee. Okay, ich habe das Gefühl, dass da drüben irgendwie was abgeht. Hallo? Ich glaube, hier drüben, ne? Ja. Lauf mal hin. Lauf da drüben mal hin. Fuck. Hm. Okay. Kommt mit. Wir haben was zu erledigen. Oh. Das ist nicht gut. Hm. Okay. Probier es mal damit. Ja. Ungefähr soll ich es mir auch vorgestellt. Hm. Matratze vielleicht? Okay, nein. Aua. Das Ding bestimmt. Ja. So. Das war, glaube ich, gut so. Ah. Okay. Okay. So. Wow. Okay. Ähm. Ach ja, genau. Ich bin ja gestorben. Ich erinnere mich wieder. Hm. Freunde, ihr müsst mal kurz da reinlaufen, bitte. Da drüben ist wieder so ein Ding. Das wollte ich eigentlich nicht schießen, weil ich das Ding hier haben. Okay, das war nicht so gut. Gut. Ah. Ich hab's getroffen, aber es ist nicht umgefallen. So. Ähm. So. Ähm. Weow. Das war's, glaube ich. Ähm. Gut. Ähm. Weow. Ähm. Ja. Das lief doch ganz gut. Ähm. Ne. Ihr seid ein bisschen im Weg manchmal. Ey. WTF. Ah. Okay. Nicht gut. Irgendes Gefühl. Ich war hier schon mal. Irgendes Gefühl. Ihr müsst da mal eben kurz rein, ja? Ähm. Echt komisch. Ah. Shit. Also mein Gefühl sagt mir, dass ich hier schon mal war. Ähm. Gut. Habe ich hier ne Granate? Ja. Oh shit. Okay. Ich mach das wohl, oder? Ah. 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 Oh Gott. So. Glaub ich. Ach. Ey. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Das war knapp. Ähm. Ähm. Oh Gott. Ähm. Ähm. Oh. Gut. Ah. Ihr müsst mal eben kurz ... Ja. Einfach. Einfach rein. Okay? Los geht's. Ich muss da rein. Wirklich. Ähm. So. Wäre auch geklärt. Energie. Oh nein. Oh shit. Sieht aus wie ein Kampf. Gut. So. Okay. Wann teilen. Ich hätte gerne mal wieder Munition für andere Waffen. Oh. Das ist. Das ist ungünstig. Dass da wer rumschießt. Okay. Freunde. Ihr müsst da mal eben rein. Glaube ich. Da. Ähm. Ich mach's ernst. Oh Gott. Ähm. Badum. Boom. 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 Das ist. Ähm. Oh Gott. Das war knapp. Äh. Shit. Shit. Ha. Ha. Kannst du vielleicht mal eben. Das hier. Aua. Nicht funny Komm Komm, das hier Siehst du das hier? Hier, komm mal da Da, hier Nein, das Au, fuck Ähm Komm Ähm Hier Ah, Mann Ich glaube, ich muss das jetzt zum Einschwitzen bringen Hier Mann, hier Aua, aua Aua, fuck Lass mich raus So, hier, siehst du das hier? Mein Gott, ich bin gerade irgendwie zu blöd dafür Also Jetzt hier hin Bitte Ah Ja Genau so Mann Okay Hier, ja Aua Äh Ja Ich glaube, es ist richtig so Ich habe das Gefühl, dass das richtig sein könnte Shit Ich verstehe nicht, was ich tun soll Ja Was sind noch diese Drei Aua Nein Oh mein Gott Also Hier Ist das Komm her Ja Genau so Ja Komm, einmal noch Und jetzt hier Siehst du das? Ja Okay, das war nicht die Lösung Super Ich verstehe nicht, was ich tun muss Oh Doch, tue ich Ah Aua Ich bin tot Ja Okay Das war alles total Unnötig Denn Ich muss da gar nicht hin Toll So Ich weiß jetzt Bescheid Komm her Rein da Rein da Ihr wisst was Gutes Ah Wieso Trifft das nicht Es trifft alles Aber nicht die Teile So Okay Gut So Gut Und jetzt weiß ich ja schon Wo ich hin muss Heißt also Ich werde einfach Gar nicht erst gegen die ganzen Leute kämpfen Gut, ne Aber heilen will ich mich trotzdem Gut Mein Plan wird sein Ein explosives Fass zu nehmen Und direkt zu laufen und da drauf zu schießen So Genau Kein Plan Ob ich die überhaupt lang muss Aber ich mache das jetzt einfach mal Hallo Das sieht auf jeden Fall richtig aus Wow Oh Oh Gott Oh Gott Okay Ich glaube ich muss laufen Okay Aber nicht hier hinlaufen Hm Wo ist ich denn hin? Hilfe Hilfe Ich verstehe nicht Oh Okay doch Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Komm Geh hier drauf Du Komm Oh Gott Das war Gruselig Nie wieder Gut Dass ich das Spiel nur einmal durchspielen muss So was mag ich überhaupt nicht Wenn das so So riesige Teile auf einen drauf Dingsen Wow Das nächste Kapitel Das nächste Kapitel Äh Hm Die schruttelte Abend Hey Das ist die eine Die eine Warte auf mich Hey Hey Warte Hey Hoffentlich lebt er noch Die Tür war fancy Eben kurz umgucken Ja Okay Hi Ich bin hier voll im Blindflug Ab und zu wird an Votegond gefangen Und liefert uns so Informationen Aber wir kennen uns dort nicht gut aus Das was wir wissen ist alles schlecht Okay Achtung Das ist mal eine coole Waffe Ja Ja Schubbind auf Entfernung Uh Waren das alle? Wow Das ist er Hey Okay Okay Ähm Ha Geschafft Mir nach Äh Oh Gott Ich hab gott aus Reflex V gedrückt Weil ich zu viele Dingens Gespielt habe Borderlands 2 Mann Ich wollte gerade Nachkampfangriff machen Ja Geht natürlich nicht Ähm Was kann ich dafür Dass hier einfach reinläuft Ja So aber ich kann Gar nichts so fühlen In die einfach reinläuft Ja Alles deine Schuld Danke dafür Ich bin hier voll im Blindflug Moment Okay Noch ist Zeit Ist alles schlecht Ich kenn das Okay Ist doch gut Alles gut Ich wollte mich nur mal umgucken Ja mach mal deine komischen Sachen da Ja Und ich bereite mich schon mal drauf vor Zu deinem Vater Oh mein Gott Die armen Leute Da Ja Okay Ich glaube ich kann ihn reinholen Da Er ist unterwegs Auch zum Trag kommt Okay 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 Genau Mach deine komischen Sachen da Und ich lauf gleich los Und töte die sofort Ja Und du bleibst jetzt da Bevor wieder irgendwelche komischen Sachen passieren Nicht Wieso Sag mal Ich muss auf dich aufpassen Ja Komme mit dir mich nicht rum Oh Braucht ich eben Vater Also Ihr Vater Na gut Mal sehen ob ich das auch bekommen kann Hey Alles gut Gut Gott Bist das wirklich du? Wie habt ihr mich gefunden? Dad Alles okay? Mir geht's gut Aber ihr Ihr müsst hier verschwinden Wir holen dich hier raus Dad Ich bin unwichtig Rettet euch selbst Wir verlassen dich nicht Ich könnte das Kombinportal umprogrammieren Sodass es uns rausholt Bloß wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner Sein Portal war fast wieder bereit Wenn er es repariert hat Kommen wir dorthin Wenn nicht Schlimmer kann es wohl kaum kommen Das ist zu riskant Alex Hör auf mich Geh Solange du noch kannst Wir gehen hier nicht ohne dich weg Ende Wir müssen auch Judith retten Keine Sorge Dad Wir finden sie Jetzt stecke ich dich erstmal zur Teleporterkammer Das ist kein Leibwohl Dad Wir treffen uns dort Das weiß ich auch Ich treffe euch dort ja Wir sehen uns Jetzt muss ich gerade lachen Weil Ja genau Jetzt wird er wieder da reingedingst Und einfach Weggefahren Wir lassen uns gehen Japp Vorsicht Diesen bestimmt Gegner Hier drüben Ich gehe zur Sicherheitsstation zurück Und versuche über dein Funkgericht mitzuhören Warte bis du mich hörst Okay pass auf dich auf Viel Glück Charlie Wow Das war nicht funny Revolver Gott sei Dank So eine tolle Waffe Ich liebe den Revolver Ich bin ein bisschen verwehrt Ähm Vielleicht Dass die Sachen da drüben Anziehen Oder so Ah Es klappt Mal sehen ob ich dir den Weg freiraumen kann Ah Sieh dich auch nach Dr. Mossman um Ich bringe dazu weit wie möglich durch das Gefängnis Dann komme ich nach Oh Mossman war doch die eine Die so ein richtiger Fan von Goden war Als Plugmeister Okay geschafft Hey da bin ja ich Das war jetzt notwendig Ich wusste dass irgendwann was da sein wird Ich wusste es einfach Aber ist das noch was anderes Ich will kurz gucken Nein 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 Das haben wir gleich auch Ne Haben wir nicht Verdammt es klappt Moment Ich hab ne Idee Geh zurück ins Büro Den Pläne macht sollte hinter den Regalen an der Luftschacht sein Ich brauchte gar nicht ihre Hilfe Ich wusste es auch schon so Oh das war Reflex Wow Draußen kommt ein Schreier her What the fuck Gut aber was genau passiert Sehen wir beim nächsten Mal Bis dann tschüss Das war es